Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ein bisschen Geld zu füllen. 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 Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass die entweder verhaftet oder abgeknallt werden. Wir ziehen das zu zweit durch. Vertraue mir. Steige ins Auto. Ich navigiere dich zum Hafen. Da liegen Waffenverraten. Hoffentlich geht das gut. Vertraue mir. Okay, ich vertraue dir. Da wären wir auch schon. Nichts wie rein da und sei unauffällig. Okay. Okay. Genau. Okay. 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 Musik So, hier ist es also. Morgen früh geht's los. Ja, ich mach mir aber irgendwie Gedanken wegen dem Plan. Keine Gedanken machen, Cousin. Wir müssen nur umdenken. Ich werde von unten kommen und du von hier oben, klar? Das läuft alles reibungslos ab. Okay, okay. Nur eigentlich wären wir zu viert. Und jetzt sind wir nur noch zu zweit. Weißt du, was ich meine? Cousin, wir schaffen das, Mann. Wir warten jetzt den Sonnenaufgang ab und dann dürfte der Deal auch schon stattfinden. Nun, ich geh auf Position. Ganz vorsichtig. Ich hab schließlich Vertrauen in meinen Cousin. Er wird mich ja schon nicht in irgendeine Scheiße reinreiten. Fuck. Ob das gut gehend wird? Julian hätte den Tod echt nicht verdient. Egal. Los geht's. Egal. Los geht's. Egal. Los geht's. Egal. Untertitelung des ZDF, 2020 Du, Cousin, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Würde ich auch sagen, Cousin. Hast du gesehen, wie ich den Typ beim orangenen Auto weggeknallt habe? Oh mein Gott, mega. Ähm, hast du eigentlich das Koks? Ich sehe hier nämlich nirgendwo Koks. Habe ich gesehen, Cousin. Klar habe ich das Koks. War das erste, wo ich hin bin. Ja, stimmt. Das hätte ich mir ja eigentlich denken können, oder? Naja, lass uns doch alles bei dir besprechen. Und erstmal hier weg, oder? Bist so unsicher hier. Okay, dann ab zum Autocousin. Worauf warten wir noch? Okay. 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 Hey, I'm sorry. That's so Bye. I'm sorry for all the pain. Bis zum nächsten Mal. Ich bin stolz auf dich, Julian. Das hätte ich echt nicht erwartet, dass du so Präzision hast. Aller Achtung. Ich sag ja, ich war bei den Cops damals in New York, aber das kann man alles einfach nicht vergleichen. Cops, hin und her. Das ist ja mit der Nummer eben vorbei, oder? Hast du vor, bald arbeiten zu gehen? Eventuell sogar als Cops? Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Nein. Okay, sehr gut. Ja, das ist vorbei. Keine leichte Entscheidung, wage ich mal zu vermuten, aber du weißt, wenn etwas ist, ich bin für dich da, Cousin. Ich komme hier schon zurecht. Das wird sich irgendwie schon alles einspielen und wie du schon sagtest, du bist ja da. Okay, wir sollten auf jeden Fall erstmal unauffällig bleiben nach der Nummer und uns nichts anmerken lassen, weil wir wollen ja noch normal leben können, oder? Das stimmt. Die Polizei und die Anwohner, die werden bestimmt die Schüsse gehört haben und die Körper gefunden haben und jetzt ermitteln. Ganz genau, Cousin. Ich meine, das heißt aber nicht, dass wir nicht schon den nächsten Job planen können. Das müssten wir dann aber ohne Kontaktmann machen. Der setzt ja jetzt hinter Gittern. Ja, ja. Na gut, Geld schadet nie. Und ich bin natürlich dabei. Das wird natürlich dann auch schwieriger, alles alleine machen zu müssen, ohne Leute im Brücken, die einem notfalls helfen. Gut, ich bin jetzt erstmal weg. Wir hören nie voneinander. Und bleib unauffällig, Cousin. Ja, ciao. Ja, ciao. Ja, ciao.